Wir haben gearbeitet im Betrieb für Ammunition und man hat uns nicht bezahlt. Wir haben dort nichts bekommen, keine Kleider, kein Essen und wir haben ganz schwer gearbeitet. Und wir haben den Rechtsanwalt gebeten, die sollen uns bezahlen für diese Zeit. Ich fühle mich sehr schlecht. Das ist kein Geld, das ist nicht ein Teil davon, was die sollen bezahlen. Und die Gedanken, was sind mir gestern gekommen, ich bin die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit dort wieder gesehen. Das hat alles aufgeweckt, wie es war. Und es ist nicht leicht. Ich beschuldige mich das ganze deutsche Volk. Aber ich beschuldige die alle, die noch leben von den Zeiten, in denen Nazi waren. Dass die sollen ein bisschen denken, dass die haben unsere Gesundheit weggenommen. Die haben unsere Familien weggenommen. Und für die alle Frauen, für die alle alten Menschen, die noch geblieben sind, sollen die keine Hatzagot machen, keine theatralen Stücke und bezahlen, was die Menschen haben für die Arbeit geleistet.